Wir stellen haustechnische Produkte her. Ich möchte den diesjährigen Telekom Innovationspreis damit gewinnen, durch die Verkettung der Arbeitsabläufe, die am Bau geschehen. Es ist der Traum vom Mehrwert in den einzelnen Gewerken. Es ist ein Perspektivwechsel, dass kaufmännische und zeichnerische Daten ineinander sich integrieren, dass der Bauherr das Steuerrad in die Hand kriegt. Unsere App ist eins für alle, weil Sie Zusatzgeschäft für den Handwerker generieren und viele Sprachen des Baus unterstützen. Es ist die keine Ausrede-App, weil ich habe mein Handy nicht dabei, das gilt nicht mehr, denn natürlich läuft es auch auf dem Tablett-PC und aus dem Desktop. Die Weiterentwicklung in Richtung Diagnose-Software ist gesichert. Mit Ihrer Preisverleihung unterstützen Sie energetisch und umweltschonende Technologien. Sie unterstützen die Nutzung von Glasscheibenmonitoren. Vielen Dank für Ihre Nominierung.